Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu dem zweiten Part von der Episode 3 von The Wolf von Morgens, ich bin Lelicompus Bran oder einfach nur Yannick und wir müssen jetzt hier nach Hinweisen stöbern und ich würd sagen, wir reden erstmal nochmal mit Bufkin, denn der weiß ja doch schon ne ganz schöne Menge. Mal gucken, ob er noch irgendwas weiß. Hi Mr. Bigby, ich kann dir trotzdem helfen, dass du einen Kräne fährst, du kennst. Ach, kannst du das, wie denn? Oh ja. Ja, ich sah ihn auf dem Telefon zu gehen, bevor er zu verlassen hat. Er hat jemanden gebeten, er sagte, er brauchte seine Wäsche oder dass er das für das Wäsche gebeten würde, um die Wäsche zu kommen. Vom Schwarzwarkt war das ja auf jeden Fall. Ähm, hast du irgendwas anderes noch gesehen? Gut, äh, ja, warum hast du ihn nicht gestoppt? Ich glaub, äh, warum hast du ihn nicht versucht, zu stoppen? Was willst du mich tun, Yank an seinem Haar? Ich bin nur drei Meter groß, es gibt Limite hier. Ja, richtig. Sagen wir ihm doch, dass es nicht seine Schuld ist. Das ganze Mirror-Thinge, es ist nicht deine Schuld, okay? Du, du meinst es? Ja. Ich werde nur sehen, ob ich nichts über das tun kann. Du machst das. Was ich mir schon die ganze Zeit frage, ist, das ist ja dieser Magic Mirror. Und da ist jetzt die Frage in meinem Kopf, ist das ein Spiegel, der aus bestimmten Glas ist? Weil wenn man so mal drüber nachdenkt, ist das ja nur eine kleine Scherbe, die fehlt. Und wenn man jetzt irgendwie zu einem Glaser oder wer macht so eine Scheiße geht und da sich so ein Stück genau rausschneiden lässt und das da einfach einsetzt, ob das trotzdem dann das komplett wieder zusammenbastelt oder ob das nicht geht, Das frage ich mich. Ist schon mal ein Anlosenpunkt. Okay. Gut, dann wollen wir da mal einmal gucken. Crane's Desk. Da ist doch schon was auf dem Tisch. Was haben wir hier denn alles? Hier haben wir einmal links auch ein Schlüssel für... Was ist es? Es ist der Schlüssel zu seinem Raum, in den ökeren Armen. Richtig. Du hast mir noch nicht gesagt, was da drin war. Ich will, dass ich es wissen. Ich muss es wissen. Blatt und Flowers. Nicht koddeln, okay? Hey, ich habe es mehr gesehen, als du weißt. Es ist nur so viel, was du verpressern kannst, du weißt? Wir werden ihn kriegen. Nein, keine Angst, Snow. Wir werden ihn bekommen. Komm schon, wir werden ihn suchen. Das muss scheiße sein für ein Mensch sein, für ein Vibe zu wissen, dass ihr Chef die ganze Zeit sexuell über sie nachdenkt. BAH! BAH! Okay. Nix besonderes. Ähm, was ist der andere Brief hier? Der? Dear Mr. Boy Blue, geschrieben per Hand. I'm writing to ask again that you please send someone to fix the aircondition in your unit. It's burning up in the apartment and Pinocchio says his skin is splintering. I don't know what that means but assume it's something gross and I would really like it if you fix. Yeah, as you three months ago at the very least provide us a fan in the meantime. Ähm, das sind einfach nur alles Beschwerden sozusagen oder Anfragen. Mr. Crane, Mr. Toad hat ihm geschrieben. You said you'd pay to have the plaster redone in my building. After the last incident in 204, it's falling off the fucking walls. Please fix it. I can't rent out that room as it is and I've already been waiting for days. Not to mention you already promised me you would send someone to fix the big crack in the glass and on the front door. Well, guess what, it's worse now. Get your shit together. The Crane ever do any work. Anschein'n nicht. Hmm. Was haben wir hier in der Schublade? Bababam! Abgeschlossen. Dann ziehen wir ein bisschen ruckartig dran, mein Freund. Mhm, ein Buch. Sieht aus wie so'n Te... Ah, da ist eine Seite rausgerissen. Da steht nicht was mit nem König, The King. The King of... Es ist ein Ring, zumindest. Every magickal item not retained in the Armory is assigned to someone in Fable Town. It must be this witch he is going to see. Ja, ich habe nur recently gehört über dieses Meeting. Warum hast du das schon gesagt? Niemand fragt mich! Bufkin! Und ich bin überraschend. Entschuldigung! Ich bin überraschend. Wir seten die Meeting um 2 a.m. Tonight. Was passiert? Ist die Mirror noch nicht fixiert? Bluebeard, das ist nicht die Zeit. Ist die Mirror fixiert oder ist es nicht? Ich hab mich... Ich hab mich, um zu sehen, ob du wusste, wo Crane sein könnte. Und das war es. Okay? Und ich bin sorry, dass ich nichts mehr gesagt habe. Na, du hast und ich weiß. Der Katz ist aus der Beine. Also, können wir den Dull Pervert finden? Oder nicht? Ich versuchte, aber... Dull Pervert. Wissen wir doch noch nicht mal. Richtig. Warum willst du eigentlich so das alles auf ihn schieben? Das ist schon wieder so ein richtig ekliger, komischer Move von ihm. Sag ihm das doch nicht, Bufkin. P.M. A.M. Hör, Bluebeard. Du bist nicht ein Teil davon. Ich glaube nicht, dass du in irgendeiner Position bist, um Hilfe zu verlassen. Define Hilfe. Oh, scheiße. Jetzt hab ich gar nichts angeklickt. Oh, Mann. Bluebeard, notice your silence. Es ist okay. Wir können alle zusammenarbeiten. Right? Ich will ungern mit dem zusammenarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Schau. Wir wissen, dass Crane eine Witch sehen wird. Und es ist, um einen Magikring zu bekommen. Was ist der Ring? Wir wissen nicht, was es macht, oder wer es macht, seit Crane tore ihre Page aus dem Buch. Das warst warst war deine Idee für ein Plan. Ich meine, wer hat dich in charge in der ersten Phase? Verzüge die Möcke war das die größte Sache. Du bist ein Secretär. Er ist der Sheriff. Und niemand von euch wurde entschieden, um diese Offizie zu führen. Wer hat dich wählt, um diese Entscheidungen zu machen? Wer hat dich wählt, um diese Entscheidungen zu machen? Wer hat mich wählt, um meine Geld zu machen? Ich habe das nicht ausgesprochen, um lange zu machen. Das ist nicht ausgesprochen. Ich gehe das in die Investition, okay, Bluebeard? Das macht das ein moot point. Und jemand muss die Offizie zu führen, während er so macht. Das ist es. Well, Entschuldigung für die Commonwealthe in mir. Ich bin mir nicht. All right, wir schauen auf die Brightseid. Wir wissen, Crane wird die Witch zu beherrücken, die ihn mit dem Black Market Glamour beherrn. Dank zu mir. Und, dass er da auch bei 2 Uhr sein wird. Dann haben wir uns ein paar kurzer Stunden, wo es ist und wo sie leben, und wo sie leben, und beherrn alle zusammenfassen. Und ein paar kurzer Stunden, die mehr du babbelst über sie. Wir haben nicht diejenigen babbelst. Tell me where to look. The Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. If Holly has Lily's things, that'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste anymore. You just can't go up there alone, alright? I've no interest in nicking his drapes, my dear. If that's what concerns you. What concerns me is you trapesing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest. And now it's a crime scene. I think we're not going anywhere. Really now? And what? You're going to stand here and babysit me? While the rest of your leads evaporate into... Is it so an ekelhafter Typ? We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the snibbling weasel chickened out. Never win anywhere. And he's upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look. This is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you going to go, Bigby? Ja, was werde ich jetzt tun? Find the witch. So you leave Crane alone and we leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, no, I'm better off dealing with things alone. I don't need Sympathie and I don't need Charity. Schreibt es in die Kommentare, wollen wir zu Dees Office gehen, zu Crane's Apartment oder zu Holly's Bar? Es liegt ganz an euch, also schreibt es in die Kommentare, wo wir hingehen sollen. Ich nehme euch ja gerne mit immer in die Entscheidung mit ein. Also, ihr entscheidet, wie es hier weitergeht. Bis dann, euer Brain. Viel Spaß.